Hallo! Diesen Samstag sind wir wieder mit Caminos Unemundos in Café Madame. Wir möchten dich sehr, sehr herzlich, wirklich sehr herzlich zu der Premiere unseres ersten Videoclips einladen. Das heißt, Berlin ist eine Mühle. Hältst du die Spannung nicht aus? Die Spannung ist alles in Englisch. Das ist Berlin, Milonga, Tango, Hip Hop, Hip Hop, Hip Hop. Und der Progressive ist der neue Tango dieser Stadt. Klicke einfach hier unten und komm. Bis zum nächsten Mal. Tschau! 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 Puff! A veces aterrizadas.